Moin Leute, hier ist wieder Angel am Teich TV. Ja, es soll wieder losgehen. Es ist jetzt abends ca. 6 Uhr und ich möchte mal wieder ein bisschen an Stausee gehen, an mein Hausgewässer. Ein bisschen gucken, was so geht heute Abend und ja, schauen wir einfach mal. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg in den Angelkeller. Braucht immer ein bisschen. Zack, da ist es an. Und ja, hier stehen die ganzen Sachen schon und dann geht es gleich los. Also viel Spaß beim Video, Leute. Haut rein. So Leute, mit dem Wetter haben wir Glück. Später soll es erst regnen und das ist ein richtig schöner Sonnenuntergang gerade hier. Richtig traumhaft. Ja, nice. So, ich setze heute mal wieder auf die klassische Posenmontage. Hier ganz flach gestellt, wie man hier sehen kann, mit einem ganz kleinen Vorfach und einem Rotwurm. Hier schön die Pose unter dem Baum platziert, wie man hier sehen kann. Die andere auch mit Pose, mit einem 14er Haken mit Rot. So, die habe ich da hinten ausgebracht. Mal gucken, ob da was kommt. So, meine andere Pose ist jetzt da hinten mit Worm. Da habe ich hier ausgebracht. Schöne Stelle, wie ich finde. Mal schauen. So, erster Fisch. Ein ganz schönes Rotauge eigentlich. Ja, Petri Hai würde ich sagen. So, bis jetzt auf die große Pose die besten Bisse gehabt, aber auch auf die kleine, auf den Wegler schöne Bisse gehabt. Die kleine Brotkugel. Habe jetzt umgestellt auf große Brotkugel, weil der Pose, die vorher mit Worm war und war es echt schön hier abends. Ja, macht echt viel Spaß. Ich bin hier noch mit einem Freund und ja, hier Bruno. Guter Kollege und mal schauen, was noch geht. So, nächstes Rotauge. Etwas größer diesmal sogar. Heute ist es wohl Rotaugentag. So, Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt schon Dämmerung. Für mich die optimale Zeit ist jetzt nochmal auf die großen zu probieren da hinten am Baum. Mal schauen, was noch geht. Also es hat eben wieder gebissen und ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, war insgesamt ein sehr, sehr schöner Abend. Auch wenn es bisher nur zwei Rotaugen waren, bleibe ich weiter dran in der Samstagreihe und hoffe, dass noch ordentlich große Fische hier auch kommen. Und ja, das wird auf jeden Fall passieren. Ich habe gerade Biss. Gerade Biss leitet, ja. So, nächster Fisch. Eine kleine Güste. Schöne, kleine. So, wie man hier sehen kann, das ist jetzt fast dunkel, Leute. Aber ich mache noch ein bisschen weiter und ja. Mal schauen, was noch kommt, ne. So, Leute, das soll es mit dem Video heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe zwar nur drei Fische gefangen, aber ich hoffe, diese herbstliche Abenddämmerung, Stimmung kam gut rüber. Die Meerschweinchen sind schon wieder am Quieken. Und das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ich probiere es jetzt in nächster Zeit etwas öfter. Ich probiere natürlich auch größere Fische ans Band zu kriegen. Und ja, wie gesagt, echt toller Abend mit Bruno noch. Und ja, mal gucken, was in nächster Zeit so geht. Vielleicht, also sehr wahrscheinlich sogar, werde ich heute nochmal losgehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Samstag spätestens. Und bis dahin, haut rein und ciao.